Großartige Neuigkeiten für alle Star Wars Liebhaber. Es wurde eine neue Trilogie angekündigt und niemand geringeres als Rian Johnson soll diese schreiben und dabei auch Regie führen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Rian Johnson ist der Regisseur oder Produzent des jetzt erscheinenden Films Star Wars Episode 8 The Last Jedi. Er wird Episode 9 nicht produzieren, dafür ist wieder J.J. Abrams verantwortlich, der jetzt auch schon Episode 7 dann mitproduziert hat. Und ja, Rian Johnson hat wohl so unglaublich gute Arbeit geleistet jetzt bei Episode 8, dass Disney und Lucasfilm so stolz auf diesen Film sind und auch sehr, sehr begeistert sind von der Zusammenarbeit mit ihm, dass ihm nun die Ehre zuteil wurde, sich um diese neue Trilogie zu kümmern. Bei dieser Trilogie, so wurde jetzt schon bekannt gegeben, wird man eine Geschichte erzählen, die abseits der Skywalker-Saga handelt und dabei eine neue Ecke der Galaxie erreichen, die die Star Wars-Geschichte bisher noch nie erzählt hat. Nun, für diejenigen, die es nicht wissen, ich musste mich damit selber ein bisschen genauer auseinandersetzen, es gibt nun seit 2013 einen sogenannten Kanon. Es heißt also, alles, was im Kanon ist, gehört zur Star Wars-Geschichte. Darüber hinaus gab es viel, viel mehr, was Star Wars umfasste, aber weil einiges davon als unlogisch irgendwie betrachtet wurde, zählt das nun in die Geschichten der Legende und wird hier nicht mit reingezählt. Daher vermuten jetzt schon viele im Internet, es könnte ja sein, dass eventuell irgendwas aus diesem Legends-Stuff sozusagen hier die neue Trilogie behandelt. So könnte die neue Trilogie zum Beispiel die Geschichte von The Old Republic behandeln, theoretisch, oder eben wieder etwas völlig, völlig Neues. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf, werde auf die neuen Informationen warten und werde sie natürlich sofort mit euch teilen. Wenn ihr nichts verpassen wollt und gerne mehr zu Star Wars oder anderen Filmen, beziehungsweise hier auf meinem Kanal mehr noch zu Serien hören wollt, dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Daumen nach oben, wäre sehr nett. Und übrigens gibt es dann hier noch ein zweites Video zur Star Wars Realserie, die jetzt auch angekündigt wurde. Ich wollte die Informationen nur ein bisschen trennen. Und ansonsten, wer noch gespannt ist auf den Film, Star Wars Episode 8, hier habt ihr noch meine Trailer-Review dazu. Und ja, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und möge die Macht mit euch sein.